Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über KI, Künstliche Intelligenz, die man im kreativen Schreiben nutzen kann. Das hier ist der zweite Teil einer kleinen Serie zum Thema KI. Für den Anfang nochmal, falls du das erste Video nicht gesehen hast, wie gesagt, das ist das zweite, also wir beziehen uns hier schon auf etwas, was wir erstellt haben. Ich werde in dieser Serie, in dieser Reihe nicht darauf eingehen, ob man KI nutzen sollte oder unter welchen moralisch fragwürdigen Techniken diese ganze Info gesammelt wurde. Das ist alles etwas, wo man sich ausführlich mal mit einem eigenen Video darüber unterhalten kann. Hier geht es wirklich um die Frage, angenommen, ich möchte KI nutzen, wie kann ich das machen, um einen Roman zu schreiben. Wir haben beim letzten Mal, beim ersten Video uns, ich gehe mal ganz an den Anfang hier, uns damit beschäftigt, wie man überhaupt auf eine Idee kommt, falls man jetzt wirklich quasi gar keine Idee hat, was man schreiben kann. Da ging es darum, ich möchte einen Krimi schreiben, der urban spannend ist, Überraschung haben soll und ich werde einen Ermittler-Duo haben, eine Frau und einen Mann. Die kenne ich aber noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt sozusagen diese Ermittlerin ist und wer dieser Ermittler ist und habe mir davon, ChatGPT, in diesem Fall mal einfach ein paar Ideen geben lassen, habe verschiedene Sachen kombiniert und später ist also diese folgende Idee herausgekommen. In einem verlassenen Theater in Soho wird in einem geheimen Raum, der auf keiner Karte verzeichnet ist, der Leichnam einer unbekannten Frau gefunden. Das Ermittler-Duo entdeckt, dass das Theater einst Schauplatz eines berüchtigten, ungelösten Mordes war und heute halt auch irgendwie wieder damit zu tun hat. Sie beginnen, die Vergangenheit aufzudecken und stoßen auf eine tragische Liebesgeschichte und ein altes Familiengeheimnis, das mit dem aktuellen Fall verknüpft ist. So, ich bin selbst gespannt, was dahinter steckt, weil ich habe null Ahnung, was das für ein altes Geheimnis ist oder was für eine alte Liebesgeschichte das ist und was das Familiengeheimnis ist und wie das alles verknüpft ist. Also ich bin selber ganz gespannt, was dabei rauskommen wird, aber das ist ja eine gute Ausgangslage. Neugierde ist ja wichtig, um diese ganzen Sachen auch gut hinzukriegen hier. So, die Frage ist nun, wie geht man nun weiter vor? Ich habe jetzt eine Grundidee, in welche Richtung gehe ich jetzt weiter? Und das hängt natürlich total davon ab, was du schon mitbringst. Wenn du schon Figuren hast, zum Beispiel, dann kannst du der KI einfach sagen, wer deine Figuren sind und sie berücksichtigen das dann. Wenn du noch gar keine Figuren hast, wäre es eine Möglichkeit, jetzt über die Figuren zu sprechen, damit man weiß, mit wem man zu tun hat, wie vielleicht die Personen persönlich auch involviert sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden uns heute jetzt mal ein bisschen mit den Figuren beschäftigen und dann im nächsten oder übernächsten Video mit der Outline, also worum es überhaupt geht. Ja, hier haben wir ja einen Krimi, das heißt, hier werden wir definitiv zuerst die Auflösung machen und dann die Outline im Nachhinein, wenn wir wissen, was sozusagen am Ende das Ergebnis sein soll. Heute geht es erstmal um die Figuren. Also, wir wollen Figuren erstellen, eine Frau und einen Mann und können uns jetzt im Grunde einfach mal wieder inspirieren lassen. Entweder wir bringen schon was mit. Ich habe aber für dieses Video diese Prämisse, ich weiß einfach gar nichts. Ich habe null Ideen und möchte mit der KI wirklich von null brainstormen. Das werden wir im Folgenden jetzt tun. So, ich sage also der KI, alles klar, danke für die schönen Ideen und jetzt möchten wir erstmal vielleicht die Ermittlerin, können wir erstmal machen. Okay, lass uns die Ermittlerin dazu erstellen. Punkt. Gut. Ich würde in diesem Fall mir einfach mal ein paar Ideen geben lassen, glaube ich. Ich gebe mir, ich mache mal fünf Ideen, wer die Frau in diesem Ermittler-Duo sein könnte. So, ich gebe ihm jetzt quasi mal gar nichts vor. Er kann ganz frei überlegen und wird jetzt erstmal die Standard-Klischees wahrscheinlich nehmen. Wie bei uns Menschen übrigens auch, wenn wir auf neue Ideen kommen wollen, fallen uns in der Regel zuerst mal die Klischees ein. Dinge, die wir mal gelesen haben, Storys, die wir irgendwie toll fanden. Und wichtig wäre es, dass man dann darüber hinaus geht, dass man einen Schritt weiter geht. Dass man sagt, okay, ja, ich mag, keine Ahnung, was weiß ich, Monk meinetwegen als Figur. Und ja, mir fällt ein, ach, ich könnte vielleicht eine Ermittlungsfigur haben, die einen Zwang hat, die irgendwie zwanghaft ist. Und das kann man auch schon so nehmen. Oder man nimmt das und sagt, okay, wie kann ich das weiterentwickeln? Wie kann ich das vielleicht kombinieren mit anderen? Und so weiter. So, wir gucken mal, was er hier sagt. Eine ehemalige Schauspielerin, fände ich eigentlich ganz interessant, ja, okay. Einst eine aufstrebende Schauspielerin in den Theatern von Soho, dann hätte sie ja gleich eine Connection. Wechselte sie nach einem traumatischen Erlebnis auf der Bühne zur Polizei. Ja, könnte man machen, ist gar nicht so schlecht. Eine leidenschaftliche Historikerin, damit es, also er versucht im Grunde jetzt das so hinzubiegen, dass es mit dem Fall zusammenpasst. Wenn das nur ein Krimi ist und das Ermittler-Duo nur für diesen Fall sozusagen aufgesetzt wird, dann kann man das natürlich sehr nah auch an diesen Fall ranbringen. Wenn wir jetzt eine Serie damit rein, ja, brainstormen wollten, müsste man schauen, dass das natürlich sich dann auch langfristig trägt. Übrigens, falls ich eine Serie planen wollen würde, würde ich erst die Serie planen mit der KI, diese grundlegenden Züge, und dann auf einzelne Bände eingehen. Als Polizist mit einer abschließenden Geschichte, als besonders Interesse an ungelösten Fällen der Vergangenheit, ja, wäre möglich. Hartgesotten Ermittlerinnen mit Geheimnissen, sie ist für ihre harte Schale und ihr unterschiedliches Engagement bekannt. Die Kollegen wissen wenig über ihr Privatleben. Was niemand ahnt, sie hat eine persönliche Verbindung zu einem der früheren Mordopfer im Theater. Ja, das finde ich sehr interessant. Das werde ich schon mal mir rauskopieren. Sowas mag ich ja immer sehr gerne. Die junge Außenseiter Frischmann-Politikerin Kimmeyer beweist sie bereits einen außergewöhnlichen Cent für forensische Psychologie. Sie fühlt sich zu den dunklen und gelösten Aspekten des Falls hingezogen und Notierung für... Ja. Frisch von der Polizeiakademie mag ich nicht so gern, weil dann brauche ich einen anderen Ermittler. Das ist jetzt eine ganz persönliche Sache. Wenn sie jetzt so ein Newbie ist, dann braucht sie eigentlich einen erfahrenen Ermittler an der Seite, sonst ist es nicht authentisch. Und ich persönlich mag diese Konstellation nicht, dieses erfahrenen Mannes, der der Frau sagt, wie es geht. Da bin ich einfach zu, weiß ich auch nicht, geschädigt wahrscheinlich, dass ich mir denke, nee, komm. Also die sollen schon sehr auf Augenhöhe sein. Deshalb sollen sie auf jeden Fall auch Erfahrung haben. Aber diese zweite Hälfte mag ich gerne. Die nehme ich mal mit rein. Okay, was haben wir noch? Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Mordkommission ist sie eine talentierte Malerin, ist sie auch eine talentierte Malerin und Pianistin. Das finde ich interessant, ja. Ihre künstlerische Ader hilft ihr, sich in die Psyche des Täters hinein zu versetzen und ungewöhnliche Perspektiven. Ja, das finde ich eigentlich auch schön. Außerdem, also jahrzehntelang werde ich umändern, jahrelang. Jahrzehntelang würde ja heißen, dass sie, keine Ahnung, 60 ist oder so. Aber wir machen das so eh nicht. Okay, so, jetzt habe ich mir quasi Sachen genommen aus diesen Ideen, die ich ganz gut finde. Und guck mal, was ich daraus mache. So. Was ist die meine Art? Sie hat eine persönliche Verbindung. Genau, das machen wir mal zum Schluss, würde ich sagen. So, hätte ich auch einfach ausschneiden können. So, sie fühlt sich zu den Lungen und nutzt ihre irgendwie so nicht. Ja, ich glaube, wir nehmen das, das kommt, glaube ich, an den Anfang. Okay, Jahre machen wir, Jahre langer Erfahrung in der Mordkommission. Ist sie auch eine talentierte Malerin und Pianistin? Also, vielleicht mache ich das hier. Weil, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch im Theater auskennt, aber Theatermenschen, ohne, vielleicht ist ja jemand von euch Theatermensch, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Theatermenschen sind ja so ein ganz eigenes Völkchen, ja. Es ist oft viel Drama dabei und, ja, diese, also Künstlerinnen und Künstler unter sich, es ist halt schon was Besonderes. Und deshalb glaube ich, dass, wenn sie auch mal früher vielleicht Schauspiel gespielt hat oder in der Theater AG war oder so, dass sie sich zumindest so ein bisschen in dieses Künstlerische reinversetzen kann, fände ich eigentlich schon ganz schön. Und, dass sie Pianistin ist, mag ich total gerne. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, das spricht mich gerade an. Okay, so. Okay, jetzt muss ich ja überlegen, was ich sozusagen weiter mit ihr machen kann. Das ist ja nur der Anfang einer Charakterisierung. Okay, lass uns mal Folgendes nehmen. Bitte erstelle eine Charakter, wie heißen das im Deutschen eigentlich, eine Charakterbiografie und berücksichtige folgende Informationen. Mit jahrelangen Erfahrungen und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, was sie hier kreieren. So. Isabella Clark. Bella Clark, über den Namen kann man sich ja immer nochmal dann austauschen. Beruf Kriminalkommissarin der Mordkommission der Metropolitan Police in London. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Biografie. Isabella Clark, bekannt als Bella, gefällt mir persönlich nicht so, aber gut, wuchs in einem Vorort von London auf. Schon als Kind zeigte sie eine außergewöhnliche Leidenschaft für Kunst und Musik. Ja, mag ich, aus individuellen, subjektiven Gründen. Sie studierte Schauspiel und Klavierspiel. Das würde ich rausnehmen und träumte davon, eines Tages auf den Bühnen London zu stehen. Während ihres Studiums am Royal Conservatory of Music erlebte sie jedoch eine persönliche Tragödie, als ihre beste Freundin mit Studentin in einem der historischen Theater Sohos ermordet wurde. Ja, das ist natürlich, das finde ich spannend. Diese Ereignisse änderte ihren Dingsbums Lebensweg grundlegend. Getrieben von dem Wunsch, Gerechtigkeit für ihre Freundin zu finden, gab Bella ihre künstlerische Karriere auf und trat der Polizei bei. Ja, das werden wir noch ein bisschen verfeinern müssen. Sie stieg schnell durch die Reihen aufgrund ihrer unkonventionellen Herangehensweisen und tiefen Verständnis des menschlichen Psychologie. Ihre künstlerischen Fähigkeiten halfen ihr dabei, komplexe Fälle und so weiter. Ja, okay. Finde ich insgesamt gar nicht schlecht. Bella ist eine tiefgründige, intuitive Ermittlerin, die oft auf ihre Instinkte vertraut. Ja, alleine dieser Satz hilft mir schon, auch eine Idee für ihren Counterpart zu bekommen. Gerade in einem Ermittler-Duo versuchen wir ja auch viel Tiefe reinzubringen, indem man auch Gegensätze hat, Konflikte, verschiedene Perspektiven, verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, zu Bella, die eher intuitiv ist und kreativ, fast schon wieder ein bisschen zu klischeehaft für mich, der würden wir dann einen Ermittler an die Seite stellen, der eher logisch und analytisch agiert. Und indem ich das schon sage, denke ich schon, ah, das ist mir fast ein bisschen zu einfach. Also da würde ich dann auch noch mal gucken, dass es nicht zu klischeehaft wird. Ja. So. Expertin in kriminalistischer Psychologie. Finde ich gut, weil ich das persönlich auch mag, wenn Krimis diesen psychologischen Aspekt haben. Geschulte Pianistin, Erfahrungen in forensischer Wissenschaft. Ja, warum nicht? Fähigkeit, sich hineinzuversetzen. Naja, das sollte man eigentlich immer haben. Aktueller Fall, Hobbys, Motivation. Okay. Schön finde ich bei dieser Motivation, dass wir hier gleich einen Ausgangspunkt haben, der über mehrere Bände trägt. Also es könnte Bellas, wie auch immer sie ja nachher heißen wird, es könnte Bellas Backstory sein, dass sie eben diesen Mord aufklären will von ihrer besten Freundin damals. Aber, ja, im Grunde kaum Hinweise findet. Das ist dann irgendwie so eine Nebenhandlung, die immer mal wieder eingedeckt oder eingebracht wird, dass hier und da mal wieder ein Beweis auftaucht und man ganz am Ende dieser Serie, wenn man das als Serie plant, dann auflöst, was damals eigentlich passiert ist sozusagen. Okay, mit Blick auf die Uhr schauen wir uns jetzt noch den Counterpart an. Wie gesagt, ich will es auch nicht zu lang machen. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. In echt würde ich hier jetzt nochmal reingehen und die nächsten, keine Ahnung, 20 bis 30 Minuten noch ein bisschen das verfeinern. Aber ist ja nur zum Zwecke des Zeigens. Von daher nehmen wir das jetzt mal so. Bitte erstelle nun einen Ermittler, der mit, wir sagen jetzt einfach mal Bella, zusammen den Fall untersucht. Punkt. Achte darauf, dass er, wie schreibe ich das denn am besten mal? Achte darauf, dass er Bellas Fähigkeiten ergänzt und einen Kontrast zu ihr bildet vielleicht. Und gucken, ob die KI was damit anfangen kann. Er sollte eher analytisch und weniger intuitiv vorgehen. Vermeide dabei Klischees und gib ihm überraschende Eigenschaften. Mal gucken, was da rauskommt. Bitte gib ihm ein privates Geheimnis über das, von dem er nicht will, dass sich jemand erfährt. Okay, ich bin gespannt. Schauen wir mal, wer hier Bella an die Seite gestellt wird. Ed Jennings, 42, wie alt ist Bella hier? 38 oder was? Ja, 38 und 42, passt ja ganz gut. Detective Sergeant, also genau, was ist sie? Polizei, Polizei, Kriminalkommissarin, das ist natürlich sehr deutsch. Mal gucken, müssen wir dann den englischen Begriff hier noch, ob sie jetzt Detective Constable ist oder Detective Inspector. Weil Detective Sergeant ist schon ziemlich hoch, also ich glaube, Inspector würde auch reichen. Gut, wer ist denn hier unser Edward? Edward Jennings stammt aus einer Familie von Wissenschaftlern und Mathematikern. Ja, wie gesagt, das würde ich noch ein bisschen nachbearbeiten, weil mir das persönlich nicht so gut gefällt. Schon in jungen Jahren zeigte er eine außergewöhnliche Begabung für Mathematik und Logik. Ja, mal sehen. Ich würde eher vielleicht auf Schachspiele oder sowas gehen. Trotz des Drucks entschied sich der Polizei. Er fand seine wahre Berufung daran, seine analytischen Fähigkeiten zu nutzen und so weiter. Ja, mal sehen. Er hat das äußerst logischer und methodischer Ermittler. Das finde ich eigentlich ganz gut, dieses Methodische. Hey, wir haben hier Strukturen, man kann so und so da rangehen. Und sie ist eher so, ja, aber lass uns das das mal anders machen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass es dann gute Konflikte geben. Er glaubt an Fakten und Beweise. Ist bekannt für seine Detailgenauigkeit. Ja, finde ich auch ganz gut, weil sie dann so ein bisschen für eine Geradenleitung lassen will. Trotz seines nüchternen und manchmal distanzierten Auftretens hat er einen trockenen Humor. Ja, finde ich auch gut. Und eine überraschend sanfte Seite, die er nur selten zeigt. Ja, das ist wichtig, damit er nicht so einseitig ist. Er schätzt Bella für ihre Intuition. Das finde ich richtig schön, weil das dann nicht immer dieses, naja, du mit deinen Intuitionen, sondern dieses eher, das mag ich eigentlich ganz gerne. Dass Ed vielleicht sagt, ich würde gerne mehr meine Intuition nutzen, aber irgendwie komme ich da nicht ran. Und Bella schätzt auf der anderen Seite seine Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil sie vielleicht schneller emotional aufgewühlt ist. Auch das, wenn ich das so sage, denke ich mir, ah, es ist so ein bisschen alte Klischees. Frauen sind emotional. Also da, das wäre so eine Sache, die ich ganz persönlich jetzt noch ein bisschen nacharbeiten würde. Okay, das hatten wir alles schon. Privates Geheimnis. So, Ed hat in der Vergangenheit eine ernsthafte Spielsucht überwunden. Ah, okay, warum nicht? Er verbirgt diese dunkle Phase und befürchtet bla bla bla. Ja, die Überwindung dieser Sucht hat ihn zu einem disziplinierten und fokussierten Menschen gemacht. Ach, das finde ich eigentlich ganz nett. Doch die Angst vor einem Rückfall bleibt ein ständiger Begleiter. Ja, genau. Ich finde, ja, Spielsucht könnte man nehmen. Vielleicht kann man hier auch nochmal überlegen, was für andere Geheimnisse kann er haben. Hauptantrieb ist die Suche nach Wahrheit und Ordnung. Er ist motiviert durch das Bedürfnis, die Welt rationaler und verstärker zu machen. Ach, das finde ich aber schön. Ja, gut. Also, man sieht schon, hier sind ganz gute Ausgangssituationen gegeben. Und nun würde es an dir als Autorin oder Autor liegen, da tiefer reinzugehen. Da mehr nachzuhaken. Diese beiden auszuarbeiten, so wie man das im Grunde aus dem Schreibhandwerk halt auch kennt. Natürlich könnte man auch der KI entsprechende Aufträge geben nach dem Motto, worauf sollte man achten, wenn man Figuren entwickelt? Dann erzählt es einem. Kann ich ja einfach eben machen und dann ist das Video aber auch beendet. Wo, was ist, oder wie, wie erstellt man eine authentische, interessante und liebenswerte, weil ich will, dass die Ermittler gemocht werden, Figur für einen Roman. So, dann schreibt er mir hier jetzt gleich irgendetwas. Und dann werden wir ihm sagen, okay, nimm das und wende das hierauf an. Kann man nicht so, kann man sich ein bisschen Arbeit sparen, sozusagen. Das Schöne an der KI, wenn man sich entschieden hat, die zu nutzen, ist, dass es halt sehr schnell geht. Also alles, was wir jetzt hier innerhalb dieser 20 Minuten ungefähr gemacht haben, plus die nochmal 20 Minuten zum Verfeinern. Sondern es bedeutet halt, dass man innerhalb von einer Stunde zwei gute Figuren hat, mit denen man eine komplette Serie starten kann. Und das ist halt relativ schnell. Also so schnell bin ich nicht, wenn ich mir das alles selber ausdenken muss, muss ich ehrlich sagen. Gut, wir gucken mal eben hier. Mehrdimensionale Charakterzüge, klare Motivation, Entwicklung und Wachstum. Relatable flaws and struggles, hat er irgendwie nicht übersetzt, okay. Also das, flaws sind sozusagen Schwächen. Struggles, Herausforderungen, Probleme. Geben sie nachvollziehbare Schwächen. Einzigartige Stimme, Backstory und Geschichte, authentische Dingsbums. Beziehungen, Art und Weise. Zeigen sie, wie der Charakter auf Herausforderungen und Rückstücke reagiert. Kleinigkeiten, genau, Details sind, finde ich auch sehr wichtig. Leserbindung, okay. So, und jetzt schaue ich mal, ob er diese ganzen Sachen nehmen kann, um das auf die anderen zu übertragen. Und dann war es das mit diesem Video auch. So, nimm diese zehn von dir genannten Punkte zur Charakterentwicklung und wende sie auf Bella Clark an. Mal gucken, was er sagt. Genau, und jetzt geht er im Grunde da durch. Also er nimmt quasi die Informationen, die wir über Bella haben. Ich sage es noch einmal, normalerweise, wenn ich das selber machen würde, würde ich Bella vorher noch ein bisschen anders machen. Das mache ich jetzt nicht, damit wir hier ein bisschen Zeit sparen. Aber wie ich das vorhin schon sagte, diese KI ist ein Partner, der angeleitet werden muss. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, was man machen kann. Deshalb überspringe ich diesen Punkt unter diesen Schritt, möchte euch aber sagen, dass es eigentlich natürlich mit drin ist. Und genau, deshalb schauen wir mal. So, jetzt hat er hier diese zehn Punkte genommen. Stärken, intuitiv, kreativ, empathisch und hartnäckig. Schwächen, emotional involviert. Manchmal vielleicht etwas melancholisch. Kann impulsiv sein. Versagen, die Angst, die Wahrheit, also Angst sozusagen. Die Wahrheit über den Mord nicht herausfinden zu können. Genau, also vielleicht dieses, ich suche und finde nichts. Träume, Gerechtigkeit für ihre volle innere Ruhe. Also, ja, da würde ich ganz persönlich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber okay, es sind ja nur Ideen erstmal. Motivation. Ja, würde ich auch nochmal dran arbeiten. Entwicklung und Wachstum. Persönliche Verletzungen. Sie lernt, ihre Vergangenheit zu akzeptieren. Auch da haben wir noch nicht genug für die Vergangenheit, um das so wirklich zu rechtfertigen. Aber es ist ein guter Impuls, um da nochmal ranzugehen. Struggles mit dem Gleichgewicht zwischen ihrer beruflichen Rolle und ihren persönlichen Gefühlen. Ja, also sie geht vielleicht zu persönlich daran. Sie nimmt vielleicht zu viel mit. Ihre emotionale Beteiligung kann manchmal ihre Urteilsfähigkeit trüben. Ja, das fände ich sehr wichtig, weil sie mal richtig viele falsche Rückschlüsse ziehen kann. Sie spricht auf den Metaphern und nutzt ihre künstlerische Wahrnehmung, um Fälle zu analysieren. Finde ich zum Beispiel schön. Ja, hier haben wir gleich eine Idee, wie man bei der Umsetzung auch diesen Charakter Tiefe verleiht, indem man ihr eine besondere Stimme gibt. Ja, dass sie zum Beispiel sagt, keine Ahnung, irgendwie, dieser Mord ist wie ein undurchdringlicher Nebel und ich wünsche mir nur, dass ich das Ende sehen könnte. So könnte sie zum Beispiel sprechen, wohingegen unser netter, analytischer Edward eher klar und kurz und prägnant sich ausdrücken könnte. Genau, okay. Gut, das würde ich nun nehmen und ein bisschen weiter ausarbeiten. Das gleiche für Edward machen und dann habe ich mein Ermittler-Duo für den Fall der Verstorbenen im Theater in Soho. Als nächstes werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was jetzt das genau für ein Fall ist und werden eine Auflösung des Falles herausfinden, um anschließend eine Outline zu machen. Wenn euch das gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch, wenn ihr weitere Handwerksvideo haben wollt, gerne die Playlist mit dem Schreibhandwerk an oder wenn ihr mal lieber ins Marketing oder Mindset reinschauen wollt, findet ihr auch entsprechende Playlist hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie man Figuren entwickeln kann mit der KI und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!